ist ja seltsam die scheinen mich für ja komisch ne obwohl er aussieht wie Kato Kata Kalo Gute Musik ganz hervorragend ja ich mag sie so Level 4 Folge 4 von 5 wahrscheinlich vielleicht kommt ja danach noch so ein Bonus Extra Level falls wir nicht auch vorher aufgeben müssen so tja da oben die Tür geht wohl nicht auf was dann gehen wir links rum oh so kich mal rein kich mal rein mal so und jetzt mal so tja hätte ich nämlich auch nicht gemacht warte doch mal das wäre noch aufgegangen ja es geht aber auch viel einfacher ja wollte ich ihn nur mal zeigen warte den aber ja ja das kann doch nicht wahr sein bisschen Entertainment muss man hier ja auch machen was ist was ist Goofy ohne Slapstick was kriegen wir jetzt ach die Tür da hinten ist aufgegangen Wahnsinn oh so ah komm komm wirf wirf ja wirf doch hast du gesehen mhm achso ja das tut mir jetzt leid für dich mhm oh der kann aber auch sprinten hier oben der Piratenmensch top die sich wieder gegenseitig töten ah vorsicht jetzt haben wir nur eine bestimmte Kickanzahl äh so was denn hier ist die Mauer porös oder was ist das denn warte mal wir müssen einem dagegen warte mal warte mal äh ich versuche mal kurz mitdenken ich habe ne Idee warte ich weiß wie was willst du denn machen warte 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 mal wir haben nur eine bestimmte Anzahl an äh Kicks warte mal jetzt habe ich irgendwie falsch gedacht ich habe irgendwie einen zu füllen ne so naja aber ach so doch 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 ja Moment der explodiert jetzt direkt den hoch und dann oder jetzt nach rechts ja tatsächlich gereicht so jetzt habe ich ein Leben und du 6 hooray hab ich schon was verpasst also ich habe mir jetzt eine Kerze genommen wenn du keine haben willst ist das deine Sache hui was kann man hier machen wahrscheinlich kann man die jetzt anzünden mit den Kerzen kann man ne ja die oben links brennt auf jeden Fall schon warum sind hier toten Köpfe drauf also eine Kerze brennt ja ne kann man die toten Köpfe kicken ne man kann da drüber laufen man muss irgendwie schaffen anscheinend aber irgendwie brennen die Kerzen ja jetzt möglichst viele zu laufen so dass sie alle angehen oder so komm wir teilen uns auf mach du die drei rechts ich mach die links das war jetzt nicht so Klassiker auch durch die Klassikern ne komm wirf trau dich komm mal dann Präferenz rechts links äh links oben dass wir beide Kerzen dabei haben nicht wahr aber auf demselben Fleck laufen so viel mehr bringt das aber auch nicht wird mich hier ohne eine Kerze glaube ich genauso zurechtfinden wie jetzt AHHHHH ich lenk ihn ab na gut ui gehst du achso jetzt wird hier haben das könntest du besser brauchen ja lecker Kirsche mag ich gerne Tja ja schön hier gewesen ne jetzt gehen wir oben lang ich sehe nix sonst ich hab nix ne ich hab so viel Leben wie vorher ach du heilig auch immer run ich geh einfach mal hier durch das kommt mir irgendwie sehr bekannt vor vielleicht willst du dich nicht direkt töten ja komm neu gib mir Munition na los mach dein Maul auf Junge komm für den Frosch komm 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 so repage ups da muss nicht mehr irgendwas drauf ist ja nicht besonders schwer ne oder doch oh oh isse ja äh äh ja äh ja wir können ja auch nicht viel kicken gerade ne naja das schwere sind hier die Bälle ne die ausfüllen ja ich mach mal so mach mal so achso du siehst ja recht ein fach ja das schwere sind hier die Bälle ne die wie aus Feuer vollende das Werk sohn geh doch durch die Tür warum gehst du dir nicht durch die Tür so ich dachte du musst doch ah komm ich will Glockchen an ja ich lock die alle hin äh und du kickst den Stein dann dagegen ja ja boah all of them oh oh ah Hilfe das ist doch so ein Drehfunktion ja jetzt lässt du mich hier ganz alleine ja mit den Kugelmenschen du kannst ja auch noch kurz nach unten rauslaufen dann komm ich wieder mit ja ich will aber zumindest Revenge einmal ja vorsicht du hast ja nur ein Ding ne was ist denn da passiert der hat sich selbst äh na der oben hat geworfen da weißt du der der oben ach da hier der ja völlig ausgeliefert Goofy völlig ausgeliefert gewesen aber völlig was irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl wir machen was falsch die Maps sind auch verbiere ne doch nicht oh jo jo wenigstens fallen die immer gleich das war trotzdem ein bisschen ähm confusing alles Alter Schwede Ähm, ja Aha Ja Wo ist der Trigger da oben? Der ist ja nicht so schwer zu kriegen Achso, Moment Oh, scheiße Vielleicht hätten wir uns auftragen Du Ja gut, dann Ja komm, du gehst dann erstmal vor Und dann kriege ich dir den da hin Dann hätte ich das jetzt auch anders machen können Jetzt seit da unten durchlaufen können Aber ich sage ja Ich gehe erstmal hier nach links einfach Ja, oder auch nicht Dann mach es nicht so Was ist denn das Problem? Ich dachte, du gehst erst da hin So, du hättest da unten hingehen können Dann hätte ich dir den da hingekickt Dann hättest du den nach oben kicken können Dann hättest du den da drauf kicken können Das können wir doch jetzt immer noch Ja, aber jetzt muss man da unten den ganzen Weg lang gehen Hade Was hast du denn gemacht? Ich hab gar nichts gemacht, der ist explodiert Der war aktiviert Achso Wir sind auf Zeit So, und jetzt geh bitte Das geht ja gar nicht Du kommst ja gar nicht da durch Ha, 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 ha Doch Ja, ja, ja Dann mach mal jetzt deinen Weg da Ich hatte doch falsch gedacht So, hier noch so lang Dann wieder runter Dann wieder runter Dann wieder die ganzen Fässer los werden Das ist halt anstrengend Meine Fresse Und jetzt du Zack Und dann du Und dann du Oder ich Von mir aus Und du kannst natürlich Du bist ich Ich bin du Hooray, Kappe Willst du links oder Oh Rechts Knöpfe machen Der war Turbo, der Typ Oh Ich weiß nicht, was ich tue Ich weiß nicht, was ich tue Einfach wieder rausgefallen Ich weiß nicht, was ich tue Juhu Ich bin angekommen Da reicht es, einer Juhu Boah, sind wir schlecht Das ist ja unglaublich Chris Nimm was Das ist ja falsch Wahrscheinlich wäre das Eine alternative Route gewesen Ja, wir sind von der Falschen Richtung gekommen Was geben Offene Welt, ne Das Spiel hat das Nicht so vorgesehen Ich geh vor Verstanden So, zurück So, jetzt müssen wir aber Hier die Knöpfe drücken Richtig Aber das Problem ist Aber gleichzeitig Diese Typen Wir haben keine Möglichkeit Die loszuwerden Aber ich könnte die Anlocken hier Möchtest du links Komm, geh du nach rechts Rollt der Typ auch Problem ist, dass der jetzt Hier ist Jetzt geh doch doch durch Achso Achso, ich dachte Die gehen auch wieder aus Hä? Das ist nervös Jetzt ist Dingenswätsel Mit Kerze So, hier ist ein Dingens Da ist eins Das kriege ich schonmal so Das muss ja Ist hier unten vielleicht eins Das ist, glaube ich, schonmal hier so Hier ist ja nix Ne? Und dann kann ich das hier so Und dann so Und dann kann man den jetzt da hin Warte mal, lass uns mal gucken Hier ist ein Loch Äh, ja, warte mal hier Das könnte man so Ja, das könnte man so Pass auf So Und dann so runter Und dann so Und den dann wahrscheinlich nach oben Ich weiß es nicht Hier ist auch noch ein Loch Hier muss auch noch einer rein Du darfst noch einen Haken Geht's für den Haken? Ich muss noch einen Haken Achso, da ist keine Kerze Oh Keiner von uns muss doch den Überblick behalten Na gut So, auf jeden Fall muss Äh, das Ding noch Also hier ist noch ein Loch Und hier unten Ja, da kommen wir ja rein Das ist kein Problem Wenn ich mich so mache So Dann gehe ich einmal oben rum Dann gehe ich einmal so runter Oh, hier wüsste ich auch Und dann so einmal rechts Oder das steht ja auf einem Ding Und dann bin ich damit auch schon fertig hier Kick dir mal nach links, ja? Nach links? Ja Na, das ist jetzt schade Nein, das kann ja nicht da sein Ist er jetzt weg? Der ist weg jetzt, ja? Ne Nein, nein, das ist Der ist aber Der steht schon nach so Ne, bin ich So, jetzt gehe ich nach rechts Geh nach rechts Na gut Spitzer Fällt's gut, wenn dann Licht angeht Ist der Margin for Error war doch da Echt? Meinst du? Ich glaube, wir haben noch einen kaputt gemacht Stirb! Spitzer Ich bin stolz auf dich Hier, jetzt gehe nach unten Und dann nach rechts Geh nach unten Und dann nach links Das wäre so einfach gewesen Wir müssen die alle töten Achso, stimmt Scheiße Soll ich eine Glocke oder so? Warte, erwarten einfach, bis der explodiert Jetzt hier Komm Das war nichts Ich lock den mal an Du kannst schon mal hinter den grünen gehen So, aufpassen, dass ich dich nicht auch mit töte Geh nochmal da weg Teamwork So, du hast einen Haken, ne? Ne, ich hab einen Haken Ne, da komm ich Oh, da komm ich Oh, da komm ich nirgendwo an Ich hab mich nirgendwo an Ich hab mich nirgendwo an So Vielleicht wissen wir diesen Fikon hier nix Das sind so Katzenköpfe Das hat doch irgendein Rätsel hier Käpt'n Carlo Katze nicht erzählen KKK So, wir müssen wahrscheinlich den innerhalb der Zeit bis hier unten kriegen, damit wir einen anderen da durchkicken können Wahrscheinlich Den Oder so Ich hab jetzt gesagt, den hier runter Warten bis der blinkt und dann im richtigen Timing dahin geht Timing kann man auch versuchen Warte mal, brauchen wir doch nicht Äh, brauchen wir nicht Ne? Ne, ne Nicht denn Der blinkt doch jetzt und der muss jetzt hier rüber Wir sollten uns vielleicht aufteilen So, und jetzt Wird schon mal geklärt So, jetzt können wir jetzt Der kann jetzt hier rechts rüber, darunter und darüber und dann nach hoch Genau Ja, aber warte mal Wie kommt der denn dann Da hoch? Äh, so So Nicht So So auch nicht Kann man ihm nachtreten? Ne, kann man auch nicht Vielleicht hätten wir den Stein von eben gebraucht Was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass wir den hier hintun Oder so, damit der da rüber kann Warte, ich hab mal dir Ich auch Warte mal Ja, jetzt geht das nicht mehr Sicher? Meine Idee geht jetzt nicht mehr Ich hätte den erst darüber gekickt Dann den anderen runtergekickt Ne, das geht auch nicht Na guck mal, vielleicht klappt das ja trotzdem So, wenn er nach links geht, geht nirgendwo Wenn er nach rechts geht, kommt er da gegen Und dann sind wir auf Tja Und woher hin Und wohin geht noch? Nicht Geht nur noch links und rechts So, hab ich versammelt Puh Hm Auch da Auch da Ne Aber guck mal, das Ding ist immer noch kaputt jetzt Das ist ja schon mal ganz entspannt Ja, den können wir einfach nach oben jetzt machen, ne Ja, und dann Ja, das ist ja das Problem Und dann können wir den hier nochmal verwerten Dann Wenn wir den erst nach rechts Nach links kicken, dann ist der hier Dann können wir den hochkicken Hierhin Hierhin An und rüber So Jawohl Sehr gut Räuchte der Wasserfall jetzt aus Das glaub ich auch Und dann kannst du den Haken ausschießen Hört sich sehr gut an Machen wir Hooray Machen sie es so Oh oh Partybühne hier Ein Haken wäre jetzt praktisch, ne Warte mal Willst du dahinter gehen und mir die Fässer zuwerfen? Wenn ich hier das Das geht Ja, mach ich, mach ich Warte Das ist doch Koop von Feinstein Ja Und du wolltest Army of Two spielen Ja 3D-Kacke Braucht kein Mensch Oh Stimmt Da hast du auch keins mehr Koop Vom Feinsten Heute Abend hier Bei Das Bacon Mit Goof Troop Gutes Spiel Super Nintendo Ja Das ist unsere beider Was ist das? Das ist wieder ein Endgegner, glaub ich Das ist unsere zweite Serie, ne Jetzt Ja Oh, was war jetzt Der Wurmer Durchfall? Ne Wir fallen irgendwelche Sachen runter Ich weiß nicht, ob ich die habe Und das sind Löcher Ach das sind Dornen Aufheben und dann werfen Auf die Augen da oben bestimmt Ne Ne, ich glaube eher auf den Wurm Achso, der muss Ach das sind verschiedene Würmer Ja, das hat schon mal nichts gebracht Oh, das war knapp jetzt Von mir kam auch einer runter Sollen wir mehrere nehmen oder? Ah, hier Da So, den Oh Ach Mist Also der Grüne, den kann man schon mal abwerfen Mit den Stachels Der Roten nicht? Der Roten hat gerade nicht geklappt Aber den habe ich auch nicht am Kopf getroffen Der hat aber auch keinen Kopf Ach, den muss man am Kopf treffen Der hat auch nicht so lustige Augen Wie der Grüne Man, ich will auch treffen Ja, der kommt ja anscheinend Immer von oben oder unten, ne Im Moment noch So Willst du rechts aufpassen, dann passe ich links auf Aber man muss den Oh, da ist ein Stück abgefallen Das ist gleichzeitig seine Lebensanzeige Er ist seine Lebensanzeige Aber der geht irgendwie immer nur rechts Kommt der hier raus Gibt's jetzt ja Ja, sehr gut Da bist du wieder Ah Den Roten kannst du auch treffen Oh Ach guck mal, der hat jetzt aber Doch, der hat auch Keine Augen Aber man sieht die einfach nicht Aber es ist genug Zeit zum Treffen und Ausweichen Ja Es ist ja doch schaffbar So ist doch eine gute Aufteilung Was ist, wenn der jetzt genau Nämlich von hinter dir kommt So, getroffen Ich nicht Aber ist gut Jeder kann immer eine Diagonal eine Ecke abdecken Es kommen auch immer mehr Dornen runter, ne Ist ja gut Wir wohnen ja auch hier in einem Dornenbusch Geh doch wieder unten links gucken Oh, diesmal irgendwie Du kannst da unten links auf der Ecke stehen Ja, ich hab ihn getroffen Aber er ist jetzt abgeprallt Meinst du hier oder was? Ja Dann kannst du, wenn er aus der Seite kommt Kannst du Wenn er aus der anderen Seite kommt Boah, voll weggebummt Das ist die erste Idee Tausend Teile zersprungen So, jetzt haben wir nur noch den grünen, ne Ne Oh Schau, dass man nicht mehr aufheben kann Das wäre ein bisschen zu einfach, was Ne Oh Das war natürlich Nein, ich bin ganz gestorben Nein Oh, den einen schaffst du doch, ne Ich hoffe es Versprechen kann ich da natürlich nichts, ne Das stimmt, ne Oh, jetzt bin ich aber Super Nicht mit Goofy Goofy ist viel zu abgebrüht, um von einem Wurm besiegt zu werden Ein Wurm wie dir Zeig dich Oh Der hat nicht mehr Der grünen ist schon Der hat nicht sehr viel Darmausgang, ey Vielleicht habe ich auch einen Critical Hit gemacht Wahrscheinlich Weil er sofort zu aufsprungen ist Der niedergecritit, aber diese Totenköpfe da oben, die müssen doch für irgendwas da sein Vielleicht sagen die dir von wo was kommt oder so Indikatoren Oh, also Ne, die machen einfach nur Terror die ganze Zeit in die Köpfe Das ist schon wieder sehr dramatisch Ja Oh, ah Ist auch wirklich critical Sieg, würde ich mal sagen Stufe geschafft 19 Minuten, die längste Folge bisher Ja doch Wow Folge 4 von Let's Play Goofy Outro